Hi, ich will nur mal reden. Hi, können wir einfach mal reden? Ich will nur mal mit dir reden. Haha! Hello Leute, ich bin Ava, willkommen bei AllesAva. Heute spielen wir mal ein Robotspiel, und zwar Snakey. Ich kenne mich damit noch gar nicht aus. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Aber bevor wir anfangen, haben wir erstmal die Shoutouts. Das erste Shoutout geht an Hannah, halliallo. Das zweite Shoutout geht an Vivi, halliallo. Und jetzt haben wir noch nicht. Am ersten Mal will ich euch nochmal was zeigen. Ihr kennt ja mein Kuscheltier Bubbles. Jetzt gibt es Bubbles auch als Mini-Version. Und zwar als Schlüsselanhänger. Einfach so cute. Könnt ihr jetzt meinen Shop kaufen, www.eiser.shop. Und jetzt fangen wir an. Okay, ich bin aufgeregt, bin gespannt. Also, ich habe so lange keine Robotspiele mehr gespielt. Chapter 1, okay. Also, Entry House. Dann gehen wir ins Haus. So, ich glaube, das ist so ein Story Game. Okay. Wir müssen erstmal ein bisschen mehr, ein paar mehr Leute warten. Da sind jetzt nicht so viele. Ich glaube, ich muss mal Server wechseln. So, ja. Nur so ein paar Leute. Okay. Neuer Server, neues Glück. Okay, kein neues Glück. Wir schauen nach einem neuen Server. Okay. So spielen, da müssen ja immer ganz viele Leute in einem Server sein. Oh. Da sind immer, okay. Ich dachte, das wäre nur bei diesem einen Server. Aber da sind nur so ein Maximum fünf Leute. Okay, wir sind wieder da. So, jetzt geht es erstmal hier rein. Da sind jetzt ganze vier Leute in dem Server. Oha. Ist das jetzt die vierte Person? Hallo? Okay, die kommt nicht mit. Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Gott, ich hasse warten. Die Schlangen sehen schon mal interessant aus. Rewards. Spectate. Ah. Oh, ne. Wir können auch nicht spectaten. Da ist die andere Person, die wir aber anscheinend nicht entkommen. Okay. Entering House. Chapter One. Okay. Also, das ist das erste Chapter. Okay. Bob. Perfekte Nacht, um mal laufen zu gehen. Test-Idee ever. Bob ist nicht so klug. Mein Gott, was ist das Geräusch? Ah. Lass mal nachschauen. Ja, das ist eine richtig geile Idee. Okay. So, und was ist da? Oh nein. Die Arme. Okay. So, und jetzt müssen wir rausgehen. So. Escape. Wie escapen wir? Okay. Ich glaube, wir brauchen einen Schlüssel. Was? Da sind Bücher. Coins. Okay. Ich freue mich jetzt einfach diesen Leuten, weil ich keinen Plan habe, was ich machen muss. Also, da ist ein Schlüssel. Safe Key. Ich habe einen Safe Key. Weiß nicht, was ich da... Kann ich hier irgendwas aufmachen? Oh nein. Ich bin runtergefallen. Okay. Also, ich habe ein bisschen vor dieser Stange Angst. Ich weiß nämlich nicht, wie die aussieht. Ist das der Safe Key? Also, was soll ich jetzt mit diesem Safe Key anfangen? Ich probiere jetzt einfach jede Tür. Nein. Okay. Dann geht es erstmal hoch. Was kann man da? Ist das ein Chubanch? Oh. Da kann man nicht hin. Okay. Ich habe so Angst, dass ich dann sterben werde. Da habe ich nämlich leider keine Lust drauf. Okay. So. Jetzt muss ich ein bisschen mehr vorsichtig sein. Wow. Ah. Nein. Anscheinend noch nicht. Da ist so ein Gründer-Schlüssel. Wie komme ich da jetzt? Muss ich da drücken? Oder wie mache ich das auf? Hä? Okay. So. Und was macht man da? Mein Gott. Das ist so verwirrend. Also, ich bin total verwirrt. Vielleicht muss ich mir mal ein YouTube-Tutorial anschauen. Ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt machen muss. Also, ich weiß, ich muss jetzt irgendwas mit diesem Schlüssel machen. Ich weiß nur leider nicht, was. Ich weiß aber, dass ich irgendwas aufschließen muss. Das macht man ja normalerweise. Oh. Die Schlange hat das Spiel verlassen. Okay. Also, ich habe nicht verloren oder gewonnen. Okay. Also, cool. Cool. Ja. Vielleicht bin ich nächste Runde Schlange. Jetzt habe ich 28 Chancen. Ich um den Schlange werden. Das sieht so cool aus. 40% Chance, dass ich die Schlange werde. Das sind doch genug Prozent. Okay. Mischen. Was kann man hier machen? Ich schaue mir das jetzt mal an. Vielleicht kann ich so herausfinden, was man machen muss. Vote, da kann man für irgendwas abstimmen. Oh, 10%. Das ist nicht so nice. Okay. Also, jetzt sind wir wieder mit Bob unterwegs. Perfekte Nacht, um mal ein bisschen laufen zu gehen. Ja, perfekt, weißt du? Okay, dann ist da das Geruch. Oh nein, was ist da? Oh mein Gott, jetzt bin ich die Schlange. Wow, wie geil. Okay, ich freue mich. So. Oh nein. Und jetzt. Oh nein. Oh nein. Oh, ich sehe so komisch aus. Ich sehe eher aus wie so eine Nacktschnecke. Okay, da kann ich irgendwas machen. Wow, das ist ein Look. Wow. Also, so richtig hübsch, weißt du? So, jetzt muss ich. Wie komme ich da jetzt raus? Okay, so, jetzt bin ich da. So, ich dachte, ich müsste irgendwie versuchen rauszukommen. Hallo. Oh, wie komme ich da jetzt rein? Mach auf. Oh, okay, so machen wir auf. Hallo. Oh, die Türen sind für mich. Wie lieb. Okay, ist da irgendjemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Hi. Hi, ich will nur mal reden. Hi, können wir einfach mal reden? Ich will nur mal mit dir reden. Haha. Okay, super, jetzt habe ich ihn. Oh, das sieht komisch aus. So. Hey. Ich sehe gar nicht, geh mal da runter. Oh, du machst das nur, weil ich nicht hüpfen kann, ne? Oh Gott. Okay, dann mache ich jetzt hier so eine Falle hin. So. Hi. 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 Ähm, wie geht's? Ich will nur mit dir befreundet sein, weißt du? Okay, also ich bin jetzt nicht die beste Schlange ever, aber ich kann ja nicht hüpfen. Ist ziemlich schade. Juhu. Okay, die ist runtergefallen. So. Oh Gott, das mache ich schon ziemlich gut. Wie viele Leute sind jetzt noch da? Okay, lass mich rein. Okay, was ist das? Da ist so ein Schlüssel. Ja, die werden auf jeden Fall es nicht rausschaffen. Okay, jetzt probiere ich mal hoch zu gehen. Vielleicht ist da irgendjemand. Okay, da ist keiner. Ja, auch nicht. Oder was macht? Hallo? Okay, also es ist schon ziemlich ein neues Haus. Da kann man noch runterfallen. Okay, wo ist jetzt die letzte Person? Da ist noch eine Person. Das weiß ich. So, da komme ich jetzt nicht raus. Wo ist die? Da ist doch noch eine Person, oder? Ja. Das ist ziemlich schwierig, Mann. Hallo? Wo bist du? Ich will nur mal reden. Okay, vielleicht hier. Au. Nee, hier auch nicht. Okay. Entweder die ist schon rausgekommen. Oder die hat sich halt mega gut versteckt. Wenn die jetzt irgendwo nur so ein Baum ist. Also ich bin verwirrt. Wo ist diese Person? Ich glaube, ich muss jetzt die vier Minuten warten, weil ich den letzten Spiel einfach nicht finden kann. Okay. Das ist ja also super, weißt du? Das ist eine Bombe. Oh, die Person. Hi. Hi. Was machst du so Schönes? Schälst du hier so ein bisschen? Ich habe vergessen, dass die noch existierte. Also das ist schon klug, sich da zu verstecken, muss ich schon sagen. Wenn ich jetzt hüpfen könnte, wäre das alles viel einfacher. Okay. Oh Gott, ich finde, ich sehe so komisch aus. Wenn ich jetzt diese vier Minuten warten muss, dann bin ich so... Oh Gott. Ich habe jetzt echt gerade so eine Falle gesehen. Wie sehr, dass das von mir runterfällt. Also ich würde sagen, ich mache jetzt kurz die Kamera aus. Und dann melde ich mich erst mal, wenn die Wunde vorbei ist. Ich habe die Person eingefangen. Die ist runtergefallen. Ich habe die Falle gesetzt. Oh Gott, das war so klug. Okay, so. Ich habe gewonnen. Juhu. Juhu. Ich wusste, es wäre eine gute Idee, die Art die Falle zu setzen. Okay. Also, das ist doch schon mal nice. Dann sind jetzt auch mehr erst Leute in dem Server. Okay, cool. Das war doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten. Okay, hoffentlich bin ich in der zweiten Runde auch so gut. Oh Gott, das ist immer so komisch. Ich hasse, dass wir uns so lange warten müssen. Ich kann mir leider noch kein Skin kaufen. Ich habe nämlich nur so 10 Coin-Dinger. Also, muss ich noch ein bisschen warten. Okay, weiter geht's. Chapter 1. Hoffentlich will ich nicht wieder schlagen. Das macht nämlich richtig viel Spaß. Perfekte Nacht, ein bisschen laufen zu gehen. Ja, ja, ja. Ist halt so, okay. Und dann ist da irgendwas so gewischt. Nein, was ist das? Ich bin so lustig, wie der dann einfach so schreit. Und dann, okay. Oh nein. Kofia. Kofia. Nicht Sophia oder so. Kofia. Perfekter Name. Okay, okay. Ich weiß jetzt, wo ich mich verstecken werde. Okay. Also. Oder was? Nee. Ich werde jetzt hier... Okay, ich schaffe mich nicht, die Tür aufzumachen. Ha! Oh mein Gott. Ich habe mich aber ausgesperrt. Okay, also. Okay, ich habe jetzt Schlüssel. So. Hier auf. Okay. So. Und so kann ich... Okay. Okay. Die hat jetzt da den Schlüssel. Dann geht es jetzt erstmal hoch. Ich brauche einen neuen Schlüssel. Sonst habe ich nichts zu tun. Und wie kann ich das jetzt... Okay, so. Hier, ich habe jetzt diesen. Oh nein. Ich bin gestorben. Okay. Das ist also ziemlich schade. Also Leute. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht die Best in dem Spiel. Aber schlank bin ich ziemlich gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Tschaui. Und schreibt mir mal in die Kommis, ob ich das nochmal spielen soll. Und ich bin jetzt mal in die Kommis, ob ich das nochmal spielen soll. Das Melatt! Vielen Dank.